So, kann ich selten hier schauen, Südstein, Süd, Ahorn, oh man. So, jetzt geht es bestimmt ans Pimpern, kann ich mir vorstellen. Norm, ne Birne. Sieh – Sieh, sind Sie soweit gewesen, Herr. Wie? Sieh, 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 Sieh? Wie PROTENTIER, Herr, ich bin bei dem, Was war ein Ruhiger? Sieh, Mann, Sieh, Mann. Sieh, Sieh, Sieh. Sieh, 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 Sieh. Sieh, Sieh, Sieh. Oh, sieh, Sieh. Sieh, Sieh Sieh. Ich mag sie, habe ich das schon gesagt. Was ist das hier eigentlich? Das sind immer so Nebenmissionen, ne? Okay, Geistertotem. Ja, lass mich da rauf. Na, ich brenne schon wieder, nein! Ich werde mal kurz durchs Feuer rennen. Was? Hi. Schauer, der Ruf. Dann solltet ihr woanders rein stuhlen, nicht ins Wasser. Dann würde das euch schlecht wird. Der Faulfluss. So, wo haben wir jetzt ne Quest? Zeig ich mal her. Oha. Was? Rede mit Karouche? Heim des Ranger-Handwerkers. Heim der Ranger-Jägerin. Ja, meine Hülle. Seh ich so aus? Ist ja gruselig. Okay, dann rede ich noch mit Karouche. Ui. Nicht wieder brennen, bitte. Mach's gut, Limpatsch. Okay. Alles voll mit Quests jetzt wieder. Da ist das mit dem Faulfluss, oder? Ja komm, wo sind denn die anderen Aufgaben jetzt? Alle da. Erklär mal mit der Klettergerade den Hügel. Oh man, ich muss immer soweit laufen hier, ne? Komm, aber das zuerst. Mach ich erstmal die Dorfmission, dann mach ich das. Ich sag, ich brenne schon wieder. Dann mach das mit dem Hügel. Das ist so weit, ne? Also man denkt, über 200 Meter ist nicht so viel, aber bis ich hier mal durchkomme. Weil ich halt immer so genötigt bin, alles aufzusammeln. Ich will das Langbogen-Upgrade ganz, ganz, ganz dringend. Was brauche ich denn dafür? Doppelbogen. Südahorn, Südstein. Seltene hier schaut. Mann. Wohin derer? Da ist bestimmt irgendwas Leichengift, oder so. Ist ja meistens das. Oh, in mir wird es ganz schön schnell dunkel, du. So. Böse Viecher. Guter, ich euch schon habe. Oha. Der V-Fluss. Toter Fisch. Hä? Achso. Haben die einfach mal toten Fisch liegen lassen. Oh. Noch mehr tote Fische. Ziege. Da ist überall toter Fisch im Wasser. Was ist da los? Richtige Spur aus toten Fischen. 30 Südsteine sammeln. Ja, ich freue mich schon. Nein, 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 nein. Das wird ein Spaß. Wie gut, dass das auch gar nicht übertrieben ist. Mit diesen Sammeldingern. Ich sage ja, das ist so Beschäftigungstherapie. Da wird man gezwungen dazu, dass man das alles irgendwie sammelt. Mehr Fisch. Ich brauch mehr Fisch. Hm. Nicht so gut. Viel toter Fisch hier rumliegt. Hallo? Wie viele von diesen Rothunden gibt's ja eigentlich bitte. Hm. Okay, wo? Ach, hier. Der Bär kam von hier. Noch drei bis zur nächsten Belohnung. Alles klar. Da lohnt sich's ja, die Dinger zu sammeln. Oha. Da vorne ist was. Ist alles tot hier. Drei tote Tiere liegen da rum. Hm. Warum interessiert sich kein Tier für meine Köder? Ich versteh das nicht. Ich sag ja, Leichengift. Das wär das einzige, was man sich groß vorstellen kann. Leichengift ist super tödlich. Kann wirklich, ich glaub, Grundwasser sogar extrem verseuchen. Also man muss auch bei Friedhöfen aufpassen, wo man die anlegt. Oha. 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 Bist du ein Schwarzwolf? Nö. Das war's. Der V-Schluss abgeschlossen. Natürlich bin ich jetzt wieder ganz am Arsch der Heide, aber... Da ist die Quesht. Und hier können wir schnell reisen. Das ist gut. Komm, wie schnell das geht. Das ist der Wahnsinn mit dem Schnellreisen. Ich glaub, ich leg mich immer über Nacht hin. W-W-Six. Was? Ist mal was anderes. Hm. Ich find's auch nicht schlecht. Also es ist halt, ne? Es ist ganz wieder so... Dieses Sammeln. Sammeln, 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 sammeln. Was ist UFC 2? UFC 2 oder Far Cry kaufen. Hm. Wenn ich wüsste, was UFC 2 ist, könnte ich dir meine Meinung sagen, aber so weiß ich es leider nicht. Das war's. Noch mehr Ranger. Na klar. Oh oh. Ich hab wieder ne Fähigkeit. Diese dummen Adler, die triffst du nicht. Oh man. Ich treff's nicht. Du bist viel. Oh. Ja, ist wieder Krankenwagenzeit. Ihr habt's gehört. Ist ätzend. Was war das Problem, wenn man in einer großen Stadt wohnt? Ach, UFC ist ein Kampfspiel. Ach so. Irgendwas Fighter. Ist das so ein, ähm... Wie sagt man? Ultimate Fighting. Championship. Championship. Also so, so Martial Arts und... Mixed Martial Arts und was da gibt dieses... Ja, ja. Ich weiß, was es ist. Weh, ist nicht so meins. Hat er nicht auch mal Kevin James mitgespielt? In Here Comes the Boom oder so? Fand ich auch nicht so geil. Ich hab nämlich noch ne neue Fähigkeit. Zwei sogar. Ach komm, nehmen wir mal Gesundheit. Was hält er da weg? Oder fliegt da... Ey, dieser Kack. Oh Gott. Warum? Was macht ihr? Hab ich nichts getan, ihr Mistviecher. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Dreck Viecher. Das ist mit euch nicht richtig. Ich mag ja Speere. Ich find die ja super. Da ist doch gar nichts. Schreibe ich so rum, Mann. Ihr habt doch nicht mehr alle. Ah ja, klar kann ich Far Cry empfehlen. Wie gesagt, wenn man auf diese ganze Sammel-Crafting-Entdecken-Kram steht, dann ja, würde ich es mir doch überlegen. Aber andererseits, da kannst du auch Far Cry 3 oder 4 kaufen. Das ist im Kern dasselbe. Das hier ist halt nur das Szenario, was es so ein bisschen abhebt von den beiden Vorgängern. Far Cry 2, äh, gar nicht. Far Cry 1 war auch noch okay. Aber ich würde echt die Finger von Far Cry 2 lassen. Das fand ich grottig. Das fand ich absolut schlecht, das Spiel. Das hat mich so genervt. Genervt hat mich das. Bibi, Domecron. Na, kann ich nicht rauchen? Okay. Na, jetzt denn nicht. Hm. Hier geht es jetzt weiter. Können wir leider... Oder doch? Nein. Ach, hier. Blood Dragon war supi. Ja, Blood Dragon war auch was anderes, aber es war auch wieder ein bisschen... Naja. Die Farben und überhaupt alles andere war gewöhnungsbedürftig. Ja, Far Cry 3, das sackte echt so hart. Vor allem, weil die Waffen halt kaputt gingen nach einer Zeit. Die hatten Korrosion, also die sind irgendwann gerostet. Warum auch immer, das ist so unlogisch, ne? So ein Rotz, du. Hat mich das aufgeregt. Ich hatte immer so einen Granatwerfer. Als Pistolenwaffe quasi. Als Pistolen-Slot. War mehr. Und der ist... Die ist anderen kaputt gegangen. Diese Scheiße. Sorry. Aber es hat mich echt aufgeregt. Seltene Federn. Nice. Komm schon. Ihr wollt euer Nest verteidigen. Ich seh das. Bump. Au. Jetzt bin ich auch vergiftet, ne? Hört das auch irgendwann mal auf, oder? Okay. Löde Viecher. Tasche ist voll mit Tierhaut, ja. Hm. Oh, sehr gut. So, die hab ich auch da voll. Bogen kann ich nicht. Alles klar. Far Cry hat keine zusammenhängende Story. Was? Ne. Die einzelnen Spiele unter sich nicht. Ne. Ne, ne, ne. Oh Gott. Kann man die nicht irgendwie töten, wenn die einen angreifen? Au. Hey, ihr Mistviecher. Au, komm schon. Soll ich da echt mit nem Speer draufwerfen? Da ich die auch mal treffe? Na? Wie sieht's aus? Der will nochmal, wer hat noch nicht? Haha. Hab ich dich. Wie gesagt, die wollen nur ihr Nest verteidigen, aber ich kann's nicht gut heißen, dass die mich anderen töten wollen. Und ich will die abschießen, wenn sie hier über dem Grund sind, sonst krieg ich die Feder nicht. Bald Division um 19 Uhr. Der weiß genau, dass ich auf ihn zähle, die Sau, ne? Oh, komm schon, ich hab geschossen. Kackvieh. Ohne Spaß. Ohne Spaß jetzt. Mann. Da ist noch ein Nest. Woah. Oh Gott. Ja, ist klar. Weil's so einfach auch geht, ne? was so wie es aussieht ist eure internetleitung immer noch kacke ja leider bisschen bleibt mich jetzt bloß nicht an auch gott er tut es jetzt reicht es mir auch kommt schon wie kann das nicht treffen mensch so jetzt vorbei diese kackadler die haben eine richtig beschissene hitbox muss man sagen ja ich habe alles oder ist noch ein viel ich bringe ins wasser ja natürlich das halte ich für eine gute idee ist hier noch was versteckt irgendwas das ist mutig soll ich also schwer dass es jetzt alles brechen müssen bei seiner geschwindigkeit aufs wasser aufschlagen von der höhe das ist ab dünnerstag im kino und nein ich habe die hand vergessen die adler denken sich bestimmt auch dass er eine beschissene hitbox hat ja so was sind die anderen da ist die nächste seiler die sammlerin such in der knochenhülle nach der vermissten nach den vermissten wenn ja jägern erstmal hier da war noch ein stein cool nochmal leute auf jeden fall ich würde euch wirklich empfehlen hardcore wenn ihr sowas abkönnt krasser film richtig krasser film du was töte den angreifer macht spaß was hat er eben klack gemacht das ist das ziel des spiels ist es was zu machen alle töten vierte jr 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 So. Ich meine Sperre wieder. Jetzt teilweise. Aber diese Kackadler schon wieder. Wenn ich die schon höre, ne? Ich immer Hass. Was soll ich damit machen? Ach so. Was? Hau ab. Ich schwöre es dir. Oh Gott. Jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Hilfe. Hau ab, du Scheißvieh. Hey. Ohne Witz. Bleib stehen. Bleib stehen. Diese blöde Katze. Danke. Die machen mich fällig, die Tiere hier. Mich greifen echt alle Tiere an. Das ist der pure Horror. Haben sie auch schon in Far Cry 4 so ein bisschen bemängelt, dass er hier echt alles angreift, ne? So, jetzt gucken wir mal, wo geht die Hauptquests weiter. Meine Fresse, du. Da. Sei da, die Sammlerin. Oh, oh, oh. Ich wollte es gerade sagen. Hat er sich besonnen, der blöde Adler, ne? Das ist echt krass. Die Tiere sind alle gestört hier. Alles gestörte Tiere. Oh, warte. Wann kann ich denn, äh, wieder bauen jetzt eigentlich für die Alte? Ich will doch das Dorf hier verbessern, dass ich dann... Doppelbogen. Süd. Aha, Südstein. Ach man, genau. Das war es ja. Kacke. So ein Kack aber auch. Was? Ruhe versus Natur? 1 zu 8? Nein. Also wäre dann umgekehrt. Ich habe schon so viele Tiere hier abgemurkst. Tom Doyle. Die sollen sich schon mehr hüten, die Viecher. Allesamt. Oh Gott. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich muss zu meiner Quest, ja? Hi. Hi. Siegen. Hi. Machen wir Platz. Uga, bauen wir einen Fallout? Nein. Ja, nein, nein. Hier kann man doch auch bauen. Ich weiß, Kappa, 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 aber... Oha. Oha. Ah, Wantari Sorgi. Die Höhle absuchen. Wo ist der hin? Da sind keine Fußspuren mehr. Wo sind... Hm? Da. Natürlich verschwinden die erstmal komplett. Die Fußspuren. Überleben in der Kälte. Oha. Das nördliche Irland ist kalt und menschenfeindlich. Ja, freundlich vor allem. Mit deiner aktuellen Kleidung würdest du in Kürze erfrieren. Um zu überleben, solltest du ein Lagerfeuer zum Aufwärmen entfachen und Rohstoffe suchen, mit denen du im Handwerksmenü verbesserte Kleidung herstellen kannst. Oh je. Sollte ich vielleicht schnell machen. Ach, das geht doch. So schnell geht das jetzt auch wieder nicht. Mit dem Erfrieren. Der Dantan-Bau. Was ist das hier düster, ne? Menschenfresser. Oh je. Oh Gott. Ja, lauf schön weg. Hast du Angst, hä? Ja, komm schon. Stell dir doch auf, Mensch. Das hat weh. Habe ich denn keine Keu... Doch, ich habe doch noch ein paar Sperre. Jo, bis später zur Division. Ja, was ist jetzt hier? Ich habe doch beide getötet. Ja, ich höre dich, komme schon. Ich habe ein bisschen doppel hier, aber mit der Jägersicht geht das. Warte. Äh, ja? Bitteschön. Was, was, wo? Oh Gott, da sind noch viel mehr. Bleib hier, du Fie. Schüttiere. Ja, die ganze Zeit rumrennt. Oh, kann ich gar nicht anzutzen, den Speer. Naja. Oh Gott. Oh. Los. Teil, komm her jetzt. Jawoll. Das sind zwar ein Säbelzahntiger. Alles klar. Hätte ich aber gerne gezähmt jetzt. Schade. Ja, ich weiß. Aber das geht wahrscheinlich nicht, weil er wieder sagt, du interessiert dich nicht für deine Beute. Für dein Fleisch. Na klar, Bruder. Ja, Bruder. Alles klar, Bruder. Okay. Die Höhle haben wir auch fertig. Was sind wir hier? Ein Jack. Oh, guck mal, da ist noch ein Leuchtfall. Das werde ich mir gar nicht noch holen, dann kann ich hier wieder einsteigen. Auch wenn es hier saukalt ist. Äh. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo... Doch, hier geht es raus, ne? Ja. Schweine kalt. Jetzt bestimmt auch wieder ein neues Holz. Naja, Nordceder. Oh, gibt es da Südstein? Nordschwarzstein. Okay. Oh man. Ganz viel Zeug wieder. Oh, gerade bist du aber früh dran. Super. Na klar, ich bin schon seit 1 Uhr am Streamen, du. Schon seit 5 Stunden jetzt. Mittlerweile krass. Macht aber auch Spaß gerade. Also Zelda war schon sehr schön. Oh, neue Steine. Was ist das? Das war's. Easy. Na, ich wollte gar nicht. Egal. Was war das denn? Äh. Voll ins Gesicht. So, angezündet. Meins. 12 Stunden Stream confirmed. Nee, nee, nee. 9 Stunden reichen auch. Ich will das nicht über 10 Uhr machen. Das ist dann zu spät. Malia, kocht schon. Das riecht nicht die ganze Zeit. Ich hab voll Kohldampf. Wey. Neue Bevölkerung. So, kann ich jetzt schon wieder was basteln? Ja, bitte. Handwerk. Äh, Speergürtel. Naja. Noch eine Keule. Die Zweihändige wieder verbessert. Langbogen. Yes. Alter Schwede. Und eine Schleuder. Hm. Geile Sache. Schaden 5. Schriftgenauigkeit. 9. Feuerrate 4. Den hab ich hier schon. Na ja gut. Der ist sehr langsam. Aber. Hat Zielsuchen. Und macht mehr Schaden. Ist genauer. Hm. Dann möchte ich die Hütte verbessern. Ja, ich weiß es doch. Mensch, Kinder. Glaub dir, ich bin von gestern oder was? So, gehen wir erstmal zurück ins Dorf. Auf ins Dorf. Er ist gleich fertig. Der hat eine fette Salami-Pizza. Och, Mann. Äh, ich wollte eigentlich mit euch zusammen essen, Lia. Zelda war schon. Tschuldigung, Elix. Charda-Gapati. Zelda war als erstes eigentlich. So ziemlich. Mammut-Haut. Hä? Smarka. Süderhorn, Südsteinen und seltener hier Schatten. Ja. Das ist teuer fein. Höhlenbeerenfell. Na ja. Hey, Pissemann. Ja, ich will mit dir reden. Ne, ich würde noch eine kurze Pause machen, Lia. So zehn Minuten vielleicht. So, warte mal. Ja, können wir machen, Lia. Seltene Federn. Ja, genau. Habt ihr gesagt. Ist auch noch drin. Ähm, okay. Doppelte Stachelbomben. Ne, die benutze ich nie. Doppelte Kollen. Ne, doppelte Köder. Gibt's nicht noch bessere Köder? Häuten zwei. Oh ja. Das nehmen wir mal. Pfeile herstellen. Vier statt zwei. Äh, vier. Ja, vier statt zwei. Hm. Bringt er da Fallschaden. Tiermarkierung. Ja. Tiere verwunden. Ah, ja, okay. Jägerblick pflanzen. Bogentechnik. Das ist gut. Das ist gut. Nachladen im Sprint für Bögen. Okay. Naja, ich find eher die Jagdfähigkeiten interessant. Der Rest ist so. Naja. Außer das hier ist vielleicht cool. Warum sind die immer noch gesperrt? Zeh mal acht Bestien. Ach so. Okay, okay. Dann kann ich das erst lernen. Wallen, Schleuder. Hm. Ich mein, warum interessiert sich die Tierwelt nicht für meine Köder? Versteh ich nicht. Ich bin auch auf den Langbogen gespannt. Yes. Oha. Habe ich jetzt viele Pfeile. Okay. Cool. Ich hatte Däffelschmerzen gerade. Ist der gerade am Pappen? Ja. Boah, der ist total verbrannt. Der macht's nicht mehr, du. Hier, mein Kaugummi. Ist das? Wo bin ich? Alles klar, ja. Zu Schleim. Izi. Winja, wantar, wai, kann ich. Hai. Hai Draube. Se alia. Hinata. Zu Schleim. Winja, twas. Karwi, wai, ba, kann ich. Marti, bishwa. Hat er recht, das wär zu... Boah, ne. Der hat nur gelitten, der arme Kerl. Oh, guck ich das an. Alles verbrannt. Kann ich machen, ja. Das ist kein Bier. Ich weiß, ich weiß. Ich hab mir kein Bier aufgemacht. Das war eine Dose Schnaps mit Sprudel. So. Ach du, Enid, ist das mies. Ich warte nur mal bis zum Morgen. Ich will nicht schon wieder nachts losziehen. Da seht ihr so wenig wahrscheinlich. Auf die YouTube. Daxfell. Moin. Alles gut. Ich find diese Zeit zu Vorspuler immer sehr cool hier. Zip, 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 zip. So. Aufstehen. Der Tag lacht. Dakar. Alles klar. Da ist der Jäger. Was? Rette ein Mammutsteiger auf die Beste und zur Trampler die U-Darmjäger. Gut. Den hier muss ich auch noch machen. Großer Dawa-Bollberg. Warte mal, ich muss mir immer noch die Kleidung machen, ne? Winterkleidung, dafür brauche ich Wolfsfälle. Mach ich jetzt erst mal. Das ist hier ein bisschen entspannter. Und da mach ich eh noch. Ringwahlaußenposten, okay. Schwierigkeit schwer. Ja, ja, ja. Das lese ich die ganze Zeit. Das ist nicht schwer. Ja, ich habe einen Nebenjob. Das ist nichts. Muss. Ich sage ja, YouTube ist da ein bisschen... Und bevor ich aufhöre, mach ich lieber einen Nebenjob. Oder so. Also, ich danke. Danke.